Wir sind die erste und zweite Klasse aus Stans. Wir sind elf Mädchen und neun Knaben. Wir haben jetzt eine Lektion Deutsch. Wir hören und diktieren Sätze mit Audacity. Wir brauchen den Computer meistens für Mathe- und Deutsch-Spiegel mit Alfons. Wir brauchen den Computer auch noch für Alfonspiele und für Puzzle. Wir werden heute Nachmittag in Deutsch weiterarbeiten. Ihr seht, dass wir im Moment beim Adjektivplan sind, mittendrin. Und vielleicht habt ihr schon bemerkt, dass wir immer gegen Ende eines Plans etwas zum Text schaffen, arbeiten. Also ein Posten beinhaltet, eine Geschichte schreiben, etwas erfinden, ausstudieren. Und heute wollen wir miteinander diesen Posten anschauen. Schreibe zu jedem Bild mindestens zwei Sätze auf ein Blatt. Ihr bekommt nachher Bilder von mir und zu jedem Bild schreibst du mindestens zwei Sätze auf dieses Blatt. Das Blatt werde ich nachher korrigieren. Einige haben das schon gemacht. Deshalb lesen wir jetzt weiter bei Punkt 2. Wer möchte den zweiten Kasten vorlesen? Andrin? Lies die Sätze gut vor. Übe, bis es dir ohne Fehler gelingt. Genau. Also wenn die Sätze geschrieben und korrigiert sind von mir, wirst du das Blatt wieder zu dir nehmen und mit deinem Partner zusammen draussen oder in der Matratzenecke oder am Tisch, am Holztisch, diese Sätze ganz gut üben, bis sie dir ohne Fehler gelingen, bis du bereit bist für die Aufnahme. Dann der dritte Punkt, Lea. Nimm die Sätze mit Audacity auf und speichere sie ab. Wie erkennt ihr das Audacity-Programm am Computer? Dario? Es hat ein Kopfhörer, ich höre drauf. Gut. Wie speicherst du das ab nachher? Joel? Bei Teil 3 und dann musst du ein bisschen herunterfahren, dann kommt Waff. Sehr gut. Jetzt kommen wir schon zum Teil 2. Wenn du das gemacht hast, die Aufnahme fertig ist, dann kommt der zweite Abschnitt der ganzen Arbeit. Samuel, liesst du einmal bei Teil 2. Höre die Sätze über Alphasäte und suche die passenden Bilder. Lege sie nebeneinander. Genau. Also im Ordner auf dem Bildschirm kannst du Papamol-Sätze öffnen, eine Nummer auswählen, die entsprechenden Bilder neben dem Computer zu dir nehmen und dann die Sätze hören. Weiter. Elvedi? Nimm die restlichen Bilder der Geschichte und füge sie am richtigen Ort ein. Wenn du die Bilder geordnet hast, von denen du die Sätze gehört hast über den Kopfhörer, wirst du noch übrige Bilder bei dir haben und die musst du dann am richtigen Ort einlegen, damit die Geschichte von Anfang bis Ende stimmt. Dann geht es noch ein wenig weiter, Fabio. Ordne die Satzstreifen des passenden Bildern zu. Also du hast am Schluss noch ein paar Satzstreifen neben den Bildern und die ordnest du dann zum richtigen Bild hin. Und dann kannst du mir rufen und ich kann das Ganze korrigieren. Und der letzte Teil vom Teil 2. Samuel? Erfinde einen passenden Titel und schreibe ihn auf ein Blatt. Ich gebe Elvedi und Samuel eine Geschichte, also Posten 1. Ihr schreibt zu jedem Bild mindestens zwei Sätze auf. Ihr könnt das an eurem Platz machen. Mama Moll steckt weisse Wäsche in die Maschine. Papa Moll spricht mit seiner Frau, damit sie nicht in die Maschine schaut. Stopp! Mama Moll erschrickt. Die ganze Wäsche ist rot. Auch Papa Moll ist entrüstet und sprachlos. Stopp! Evi tut der Zahn weh. Sie weint vor Schmerzen. Stopp! Papa Moll und Evi gehen zum Zahnarzt. Ihr tut der Zahn immer noch weh. Stopp! Der Doktor hat Evis Zahn gezogen. Evis Kopf schlägt zurück. Genau an Papa Molls Nase. Stopp! Er schlägt auch zurück und schlägt den Kopf an. Stopp! Der Doktor hat Evis Zahn gezogen. Evis Kopf schlägt zurück. Genau an Papa Molls Nase. Er schlägt auch zurück und schlägt den Kopf an. Stopp! Evi hat den Stuhl dreckig gemacht. Papa Moll wird sauer. Stopp! Papa Moll nimmt diese Fläche weg. Evi legt einen kriessenden Rauschtopf. Was machst du mit diesen Sätzen? Die muss ich beim passenden Bild tun. Genau, du musst die zum passenden Bild hinlegen oder aufs Bild legen. Dann kannst du mir wieder rufen, wenn du das gemacht hast. So, diese Lektion ist jetzt bald vorbei. Ich möchte noch eine Schlussrunde machen und von euch hören, was ihr alles so erledigen konntet, wie es gelaufen ist. Ob es gut gegangen ist, ob es Probleme gab. Wer könnte dazu etwas sagen? Zu dieser Arbeit mit dem Computerprogramm. Alles ist gut verlaufen und ich bin gut vorwärts gekommen und habe jetzt auch ein kräftiges Geld. Du hast alles erledigt. Tipptopp! Wurde jemand unsicher und brauchte Hilfe von einem anderen Kind? Elwedi? Beim Computer habe ich nicht gewusst, wo wir kommen. Und was hast du dann gemacht? Ich habe Dario gefunden. Das hast du sehr gut gemacht. Ihr merkt manchmal, es sind drei, vier Kinder um mich herum und dann ist es eine gute Idee, wenn du ein anderes Kind holst, weil ich dann nicht auch noch zu dir kommen kann. Also ich habe den Eindruck, ihr habt sehr gut gearbeitet. Ihr habt einiges gemacht. Und wer nicht ganz fertig geworden ist, braucht bestimmt nicht mehr allzu viel Zeit, um diesen Plan auch noch zu beenden. Das werden wir dann in nächster Zeit machen.